Herzlich Willkommen zurück bei Far Cry Primal. Es wird direkt weiter gehen. Wir befinden uns vor Barteries Tempel, deswegen muss ich die Aufnahme von vorher starten. Ich bin jetzt bis dahin gelaufen und es würde direkt losgehen. Habe ich schon mal abbrechen lassen deswegen, weil ich wieder abgehauen bin aus dem Gebiet. Naja, ich hoffe das ist jetzt auch so und ich sage nicht irgendwas falsches. Müsste aber der Tempel von Barteries sein, genau. Triff dich mit dem Venya vor Barteries Tempel. Mein Viech. Ich wollte es eigentlich nur noch mal eben streichen zum Abschluss. Naja. Naja egal. Kappet die Halteseite der Obelisk. Ähm. Das sieht ja ein bisschen merkwürdig aus hier. Wäre die Isila wachen ab. Ja das ist der Tempel von Barteries. Ja das ist der Tempel von Barteries. Oh. Hilfe wo bin ich? Oh ich treffe auch nicht so richtig ne. Was ist los warum trefft der nicht? gemütz! Mensch. Mensch. Jetzt können wir doch rüber, ne? Toll, durchs Feuer. Meine Maske jetzt auf, die von Tenzer eingepisst wurde. Fürchtet Krati. Da fürchtet nicht meine Fallkunste. Die sind unter aller Sau. Alle Angst, wa? Ich will euch töten. Ihr seid meiner nicht würdig. Oh Mann. Komm hier hoch. Ich bin der Taka. Ich bin Krati. Ja, wir machen euch Platsch. Ich bin der Taka. Nein, nein, nein. Nein, nein! Ich bin der Taka! Ich bin der Taka! Ich bin der Taka! Oh Die Musik ist echt geil Oh nein, die Maske ist weg, kaputt Sollen wir sie jetzt erledigen? Töte Batterien Ich muss jetzt mal vernünftig hinkommen Natürlich komme ich nicht rein Das wäre ja auch zu schön Oh nein, das Wink ist ja super Oh nein Das ist bestimmt mega schwer Keine Checkpoints und nix Kann ich hier Macht ihr aber kaum Schaden oder was? Oh, Alter Was? Was macht ihr denn von Damage? Kommt Tigre da nicht irgendwo hin? Kommt er nicht, ne? Kann er nicht erreichen, ne? Ich komme auch nicht zu ihr so richtig Das kann ich eben nicht stören oder was? Doppelbogen Na super Ja, sehe ich, dass die Verstärkung gerufen hat Ist ja auch nicht genug Das ist ja auch alles Das machst du, ne? Doppelbogen Doppelbogen muss ich mal öfter nutzen Kann ich hier nicht irgendwas zerstören? Ist doch so ein komisches Symbol Die ist erstmal tot, meine Bestie Kommt ich da oben Kommt mich auch nicht rein, ne? Das ist sie, ich weiß Warum habe ich das nicht früher Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen Mit den Doppelbogen? Hallo Gerade noch, ne? Ich müsste mir Feuer anzünden Eigentlich Die macht einen mega Schaden, wenn die trifft Nein NEIN! Boah, Alter... Boah, wie... Pfff... NEIN! ... Alter, der hat sich natürlich nicht getroffen, wahrscheinlich... Gott, wo soll ich das schaffen? Da komme ich nicht durch, ne? Letzter Pfeil? Ne, ich glaube es ist nicht... Ach, Scheiße... Ich werde ich zu schaffen... Ach, Scheiße... Ich werde ich zu schaffen... Zieh dir nichts ab! Drei, Drei! Drei, Drei! Drei, Drei, Drei! Drei, Drei! Kahn, wir haben schönste Körseta. Was hätte ich das schaffen? Ich weiß nicht wie ich das schaffen soll Hallo, zeig dich mal Ich habe gar nicht so viel Holz, wie soll ich das denn... Wie soll ich das denn machen... Ich habe keine Ahnung wie ich das gewinnen soll... Ich habe keine Ahnung wie das denn ... Ich habe keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Die macht viel mehr Damage als ich, ne? Ah man, man muss ausweichen, man muss treffen, man muss alles! Ja, guck! Oh man, alter! Ja, toll! Ich hab nicht unendliche Heilung und so. Ich hab nicht mal halb down. Ich hab auch nicht richtig gesehen. Ah man, wie soll man denn ausweichen und treffen, ey? Kann ich hier irgendwas einstellen? Das kann ich mal nehmen. Wow, geil! Jetzt kommen noch andere wieder. Hammer ey! Ach man, oh man, ihr... Ja, toll! Ich hab keine grünen Blätter mehr, na super! Ich kann mir auch so heilen. Oh nein! Oh, ist das... Das ist ja echt ätzend. Und dann fängst du irgendwann wieder von vorne an, wahrscheinlich. Und dann fängst du auch nicht. Jetzt ist meine Wirkung da fast verflogen. Toll Hä? Was geht denn mit ihm? Oh, habt ihr nichts für mich? Aber hier ist noch ein bisschen Holz und so, ne? Oh, ich hab gar keinen Überblick mehr Ach, die Folge geht ja auch schon so lange Oh, scheiße Okay, naja Ich hoffe, wir schaffen es in der nächsten Folge Von Farag Wild Prime Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin